Grüß Gott, mein Name ist Elfriede Schiesleder und ich bin die Vorsitzende im katholischen Deutschen Frauenbund in Bayern. Im Frauenbund ist das Engagement in und für unsere Gesellschaft seit über 100 Jahren Ehrensache. Und natürlich ist es auch unser Ziel, die nächsten 100 Jahre uns daran noch zu beteiligen. Zweifellos birgt das Ehrenamt im Heute und im Morgen aber große Herausforderungen. Die Frage der Vereinbarkeit etwa stellt sich heute ganz anders als früher. So müssen wir beispielsweise im Blick auf die Arbeitswelt der Zukunft nicht nur auf eine gute Balance zwischen Familie und Beruf achten. Es gilt auch, die zeitlichen und individuellen Möglichkeiten, sich ehrenamtlich zu engagieren, viel stärker in ihrer Rolle für das Engagement zu sehen. Vielen Dank.